Ich bin Konstantin Elser. Als Koch und Küchenchef umreiste ich die Welt. Seit 2014 koche ich in Hamburg vegan. Ferne Länder, gutes Essen, das ist mein Leben, meine Inspiration. Mein letzter Foodtrip führte mich in eine der vegansten Städte des Planeten, New York City. Diesmal nehme ich euch mit nach Kalifornien, um zu zeigen, dass der Golden State nicht nur touristisch, sondern auch kulinarisch und vegan eine Reise wert ist. Untertitelung. BR 2018